Will Masquerade Bloodlines 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 schön angepisst, meine Freunde. So. So, da hinten war noch einer. Und bevor der mich sieht, schalte ich den mal kurzerhand aus. Gut. Jetzt wollte ich runtergehen und wollte mir die Muni holen. Ja, und jedenfalls, ich hoffe jetzt, dass mir das Spiel nicht wieder abstötzt, weil sonst muss ich jemanden töten. Das nun mal so, am Rande. Und ich brauch Blut. Das letzte Mal hab ich's auch geschafft, hier die Quest ohne Blutbeutel durchzuzocken. Das wird dann jetzt wahrscheinlich nicht gehen. Gut, hier ist keiner, der mich entdecken kann. Oh, jetzt hab ich mich erschrocken. So. Hier haben wir noch ein bisschen Muni. Gut. So. Ist hier noch jemand? Nee, gut. Ach, jetzt dachte ich schon. So, die krieg ich mal, glaube ich, mit zwei auf, gell? Oh, ich soll dir ja mal Selbstmord eingestellt lassen. Speichern. Glück gehabt. Kommt jetzt jemand? Oh, oh, ich bin entdeckt worden. Als Maul. Arschloch. Ich hab kein Blut mehr, ich hab kein Blut mehr, ich hab kein Blut mehr, meine Freunde. Alter! Alter, seid ihr bescheuert, oder was? Mann. Hallo, 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 hallo. Uah. Fuck, 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 fuck. Scheiße. Mama Mia. Ich sollte mal von den Raketen wegbleiben und ich brauch Blut. Mama Mia, du. Hilfe. Jetzt hab ich schon zwei Blutbeutel verprasselt. Speichern. Aber sowas von, ey. Mama Mia, du. Ja, 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 ja. Du mich auch. Schuss. Hahaha. Hab dich. Ich dich auch gleich. Warte, warte, warte. Schuss. Alter. Du Pisser. Und ich sollte mal aufpassen. Mann. Alter, jetzt läuft hier überhaupt nichts. Jetzt läuft hier alles schief. Mann. Entschuldigung, dass ich mich grad so ein bisschen aufrehe, hier, aber... da hat ich grad schluck auf. Oh, ich kaufe ich mir. Ops, der. Ops, der. Na, hallo. Danke. Habt du einen Schaden, oder was? Meine Fresse, ey. Entschuldigung für meinen Ausdruck gerade, aber... Du bist ruhig. Bin grad ein bisschen angepisst hier. Mann, 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 Mann. Achso, da hinten war ja noch Schrotflinten-Munition, gell? Ach, die hab ich schon. Okay, gut. So, safe. So, und raus hier. Raus, 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 raus. Wir haben jetzt drei Minuten Zeit. Blutgeschoss. Wah! Was ist denn jetzt? Komm her! Aua! Das hat wehgetan! Hallo, 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 hallo! Gut, tschüss. Mann, 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 Mann. So, dann hier vor. Und jetzt müssen wir gleich noch ein Sabbat platt machen. Bevor wir diese Lagerhalle verlassen können, meine Freunde. Ja. So, warte, speichern. Nicht, dass ich jetzt sterben sollte. Oder stelle ich mal Leute rum ein. Kann ich ja mal machen. Dann heißt es nämlich auch ein bisschen einfacher. So, gut. Da hat gerade mein Wecker geklingelt. Das heißt, ich muss aufhören jetzt. Speichern. 1,38 haben wir noch Zeit. Das reicht ja eigentlich, dicke. Ist hier noch jemand? Gut, Knut. Dann würde ich sagen, Quest beenden. Das gibt's doch nicht, ey. Wie vorhin. Also, ähm, diesen Typen hier sehen wir dann auch noch als Vampir. Also als gewöhnlichen Vampir, nicht als Wolf. Also Menschengestalt meine ich jetzt. Ja, dann quatschen wir mal mit einem Läufchen. Wenn ich mal sagen. Das Wettbewerb. Dein Handwerk, ich versuchte. Ähm, ja, das war ich. Hoffentlich sieht keine Sabbat, die Sie zu erlangen haben. Sie können etwas antagonistisch sein. Wer bist du und warum bist du mir gefolgt? Ich sehe meine Reputation für einmal. Ich habe in einem Hotel hier einen Geist gesehen. Ich habe ein paar Keinskinder am Strand getroffen, die gar nicht wie welche wirkten. Die Baronin von Santa Monica hat eine gespaltene Persönlichkeit. Abgesehen davon habe ich nichts Ungewöhnliches gesehen. Die meisten meiner Kontakte hier reporten etwas Ungewöhnliches in der Nacht. Wie ein Gefühl von Angst oder Druck. Aber ich bin nicht ein Nativ zu diesen Teilen. Also kann ich nicht sagen, ob es ist irregulär. Und seitdem du immer noch frisch ist, vielleicht bist du nicht attunten zu diesen Teilen. Es ist ein Spaß, zu treffen, zu treffen, aber es gibt rumblings, die ich nicht zu schädigen. Wir werden, ich bin sicher, wiedersehen. Oder nie wieder. Good night, young one. Und bemerkbar. Du bist sehr wahrscheinlich bei den Sabbat geholfen. Nacht, Beckett. Und dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.